Dienstag, 19. November 2019. Danke liebe Stadt Riga, ich bin in Riga und ich mache hier gerade ein Video. Es ist in der Dämmerung und ich schalte mir das Licht an. Das finde ich echt super, das finde ich echt freundlich, das finde ich echt nett. Riga ist eine echt tolle Stadt. Ich war jetzt gerade in diesem Besatzungsmuseum. Über die Zeiten, wo die UdSSR hier Besatzung hatte, Zweiter Weltkrieg, die Besatzung der Deutschen. Jetzt gehe ich noch in ein Kunstmuseum. Wenn das jetzt kostenlos ist vom Eintritt her, dann werde ich da reingehen. Wenn das Geld kostet, gehe ich nicht rein. Ihr wisst ja genau, ich bin billig reisender Jeep Traveller oder wie man das nennt. Ich bin zu geizig, um irgendwo ein extra Euro auszugeben. Low Budget, kann man vielleicht auch sagen. Ja und in dem Museum habe ich einiges wieder dazu gelernt gehabt. Lasst euch mal überraschen, das präsentiere ich nachher im Anschluss. der Untertitelung des ZDF, 2020 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 In the next year, 1990 Untertitelung des ZDF, 2020